Sie möchten die Vorzüge der ESO LOX SOUND 5 DECODER nutzen, haben aber keine Möglichkeit den DECODER mit ihrem Wunsch-Sound selbst zu bespielen? Xtreme24 bietet Ihnen die Möglichkeit den DECODER komplett mit ihrem Wunsch-Sound bespielt zu liefern. Und so geht es. Sie wählen Ihren passenden LOX SOUND 5 DECODER aus und im unteren Auswahlfeld Sound Variante wählen Sie jetzt Ihre gesuchte Sound Datei aus. Fertig! Um zu kontrollieren, ob Sie den richtigen Sound gewählt haben, gehen Sie im Warenkorb auf Warenkorb bearbeiten und prüfen Sie nochmals die Bestellung. Jetzt Bestellung nur noch abschicken, mehr ist es nicht. Sie bekommen den DECODER fertig bespielt zum Einbau in Ihre LOX.